Er hat verschiedene Bücher geschrieben. Er hat speziell zwei Bücher geschrieben. Er hat seine Kinder-Pieße geschrieben, der Schneemädchen, was man ein paar Mal hier mitgestellt hat, und der Frühlingsbefreiung. Und dann hat er geschrieben, ich erfahre Kinder in Schulen. In Biologie, Physik, Botany. Ich dachte mir, dass ich es gewinne. Und dann verständlich verschiedene Oebsam-Gefeldbücher in die jüdische Schulung hat er zugegeben, das, was er gemeint hat, ist neidig. Ja. 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 Ja.